Eine Republik auf Reisen. Wer das Wunder der Nacht verschlafen hat, fährt bei Tagesanbruch los von der DDR Richtung Westdeutschland. Überall großer Andrang an den Grenzübergängen wie hier zwischen Thüringen und Bayern. Und überall die gleiche Euphorie. Ich hab noch nicht mal einen Ausweis reingeguckt. Wir haben einen Übergangstempel über Hirschberg bekommen. Es ist so einfach, wie wenn man an den GSSR gefahren ist. Das kann man gar nicht begreifen. Das ist ein Gefühl. Ich meine, das ist unbeschreiblich. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es immer noch nicht begreifen, dass ich hier runterfahre. Wir wohnen in Hirschberg. Wir sind unmittelbar an der Grenze. Wir haben dort täglich einen Zahn vor uns. Jetzt gucken wir es uns von der anderen Seite an. Die Schlange. Das typische Bild dieses Tages. Anstehen für die 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Die meisten hatten noch nie Westgeld in der Hand. Vielen erscheint das Angebot in den Supermärkten und Kaufhäusern wie das Schlaraffenland. Es sieht anders aus. Es duftet anders. Es schmeckt anders. Du básicamente sch칩. Du kennst auch wöchst, wenn du. Wes? Das einfach stérést dueted. Hä? Untertitelung des ZDF für funk, 2017